Hey Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Pixel Gun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank mit dir fürs Einschalten. In der letzten Folge habe ich mich hier so gefreut, dass es jetzt endlich Pokémon Skins gibt hier bei Pixel Gun. Aber dann habe ich auch bemängelt, dass ich das blöd finde, dass man dann die Rüstung sieht. Aber weil ihr so eine geile Community seid, habt ihr mich natürlich sofort darauf aufmerksam gemacht, dass man die Rüstungen ausschalten kann, damit man seinen Skin gut sehen kann. Und das werden wir heute gleich mal zu Beginn machen. Und dann werden wir uns eine Waffe holen, die auch ihr mir vorgeschlagen habt. Das ist glaube ich die Waffe, die am öftersten vorgeschlagen wurde. Ich habe noch nicht genug Kohle, aber das werden wir uns noch holen. Wir werden uns noch etwas Gold holen und dann werden wir uns auch die Waffe holen. Und zwar kamen hier links, also da drüben steht Wischen umzudrehen und darunter steht Rüstung zeigen und Show Bekleidung. Das schalten wir jetzt alles aus und jetzt sind wir einfach mal Ash Ketchum Leute. Und unser Pokémon passt eigentlich auch gut dazu, denn das ist das Einhorn. Jetzt sind wir ein richtiger Pokémon Trainer, Leute. So, wir gehen gleich mal zurück und ja, wir nehmen natürlich jetzt einen Hut. Der hat mich ja gestört, weil er dann wirklich komisch ausgeschaut hat. Zusatzwaffen, sehr starke Verringerung der eigenen Schadens bei Explosionen. Was nehmen wir? Zusatzwaffe benutze ich nicht so oft. Hm, ich nehme den einfach. So, wir gehen zurück. Wir öffnen jetzt mal eine Glückstrue. Vielleicht haben wir hier schon das Gold. Ansonsten müssen wir das aus den Clan Chests holen. Okay, wir bekommen hier mal Diamanten. Dieses Mal benutze ich sie nicht, um nochmal zu spinnen. Jetzt schauen wir gleich mal in den Clan. Saison ist vorbei. Toll. Ja, Leute. Ich habe jetzt ein paar aus den Clan rausgeworfen. Ich werde jetzt wieder ein paar annehmen. So, 18 Münzen, da haben wir sie schon. Weil ja, wie gesagt, wenn ihr nicht aktiv seid, dann werde ich euch nach der Zeit raushauen. Ich mache es immer so, dass ich das immer mache, bevor die Saison vorbei ist. Habt ihr gerade gesehen, die Saison ist vorbei. Deswegen habe ich da jemanden auch rausgeworfen. So. Wir haben jetzt alle Drogen geöffnet. Können wir hier irgendwas herstellen? Irgendwas an neuen Waffen? Nö, ich würde ja gerne den Seelenstein machen, denn der sieht aus wie die Geisterlaterne. So. So, zurück hier. Und ja, wir gehen gleich mal in den Shop, Leute. Wir werden uns nämlich heute eine neue Scharfschützenpistole kaufen. Und zwar den Einschuss. Einzelner Schuss, 10-fach Zoom, legendär und Effizienz 25. Feuerrate 50. Der Prototype hat ja nur 18 Effizienz. Das bin ich richtig gespannt. Es haben so viele geschrieben. Danny, kauf bitte einen Schuss. Und ja, das werden wir jetzt machen, Leute. Wir drücken hier auf Kaufen. Und da haben wir das Teil auch schon. Wie gesagt, ist legendäres Teil. Und mit dem Teil werden wir, weil es ein Scharfschützen-Ding ist, gleich mal auch in einer Scharfschützen-Map spielen, die ich eigentlich nicht gerne spiele. Aber muss fast sein. Denn das Spiel geht anscheinend schon länger. Wir haben hier... Wir sind hier im schlechteren Team. Wir haben hier 17 zu 23. Aber vielleicht können wir das jetzt noch drehen. Denn jetzt sind ja auch wir im Team. Den habe ich gesehen. Da hat er mich vorhin gehabt. Da oben. Oder ihn. Aber sie lädt eigentlich schnell nach, muss ich sagen. Sie ist nicht so bad, Leute. Diese Waffe, die Einschuss. So. Wow. Wir haben jetzt aufgeholt. Also mein Team... Ah! Ah, da hat auch wer mit der Einschuss gespielt. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich, was hier abgeht. Ich muss sagen, die habe ich eigentlich vorher nie gespielt. Also gesehen. Und jetzt habe ich sie selber. Und jetzt murksen mich auch gleich die Gegner damit ab. Alles klar. So, das Rügen geht es ordentlich ab. Wir sind noch sechs hinten. Nein! Wie gut ist denn der? Er macht mit... Oh, come on. Kann ich eigentlich ohne Zielen auch gut was erwischen? Ah! Nein! Oh mein Gott! Jetzt aber jetzt. So, jetzt habe ich auch meinen Drache-Kill. Wir sind sechs Kills hinten, Leute. Nein, der kommt nämlich immer rüber. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein! Nein! Oh, come on! Nein! Der räumt hier auf, als wäre es hier sein Versteck. Komm! Hey, komm! Komm, 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 komm! Okay. Aber na gut, Leute. Niederlage minus 17. Das kann ich... Oh, wir sind jetzt unter 3000. Wir sind unter 3000. Aber ich muss sagen, ich finde die Einschuss richtig nice. Erste Spielbelohnung. Na ja. Wenn die gewonnen hätten, wäre es mir lieber gewesen. Ich finde die Einschuss eigentlich richtig nice. So, wir gehen hier gleich nochmal rein. Und ich hoffe, dieses Mal ist der auf unserer Seite. Nö, da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder, Leute. Aber er wurde eher gekillt. Und das müssen wir einfach... Ich stehe hier sehr offen. Ich gehe da lieber weg. Ich gehe da lieber weg. So, 3 zu 0. Nein! Komm! Er darf nicht drüber kommen. Ja! Huch! Huch, hu, hu! Er kommt dieses Mal nicht drüber. Er kommt dieses Mal wirklich nicht drüber. Und da haben wir gleich mehrfach Kills, Leute. 6 zu 0. Ah, jetzt erst mal geht es übers Dach. Ich hoffe, den holt sich wer. Ich hoffe, den holt sich wer. Headhunter, Ultrakill. Da ist er! Ist er weg? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es sehr. So, jetzt bin ich gleich weg. Ich sage es euch. Nein! Ja, da habe ich... Da hat mich der gesehen. Das ist der, der was immer rüber wollte. So, jetzt ist von uns mal einer drüben. Ist von uns mal einer drüben. Versteckt sich da hinten eigentlich einer? Da drinnen? Nö, nö. Au. Nein! Ich will den Iron Wolf. Nein! So, jetzt wird es kritisch. Wenn die beide rüberkommen... Ich gehe da lieber mal zurück, Leute. Ich gehe da lieber zurück. Ich schaue mir das von hinten an. Da ist er. Nein! Ah, Kinnunterstützung. Yes! Wir dürfen einfach nicht... Er darf nicht rüberkommen. Wenn die rüber sind, dann ist es immer vorbei. Yes! Wenigstens den habe ich jetzt. So, 13 zu 7. Es sieht gut aus für uns. Und er kommt schon wieder. Nein! Was war denn das jetzt? Wow, 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 wow. Ich bekam hier irgendwoher Schaden. Finde ich nicht gut, wenn ich Schaden bekomme. Nein! Ah! Er ist auf unserer Seite. 18 zu 11. Okay, er ist nicht auf unserer Seite. Hey! Er ist da rauf. Okay. Oh, 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 oh. Er hat einen YouTube-Umhang, Leute. Yes! Kill. Kill, 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 kill. Nein! Nein! Ich fall von der Map! Ich fall von der Map! Ah, Strafe für Selbstbewusstörung. Das tut weh. Aber es sieht gut aus, dass wir dieses Mal gewinnen, Leute. Es sieht gut aus, dass wir dieses Mal gewinnen. Sollte hier nichts mehr wirklich großartig schief gehen, gewinnen wir hier das. Yes! Den haben wir. Aber ich glaube, er hat uns auch. Das war... Oh, das ist noch mein... Nein! Nein, nein, nein! Wow! Wow, 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 wow. Come on! Nein! Und... Ja! Wow, das war knapp, Leute! Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Und meine Batterie von meinem Mac geht gleich aus, Leute. Oh mein Gott, mein Laptop, Akku, er hält nochmal mega gut. Ich muss es anstecken. Aber na gut, Leute, wir haben uns die War 1 Schuss gekauft und die ist eigentlich richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil habt ihr die schon? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare und schreibt mir auch gerne Vorschläge, was ich mir als nächstes kaufen soll. Und ja, bevor ihr der Akku eines Laptops ausgeht, ich habe noch 3%. Das ist wirklich Leben am Limit. Verabschiede mich hier von euch. Vielen Dank, bis zu sehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr neu seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, was macht es gut? Ich muss mir den Laptop anstecken. Bis dahin, ja, haut rein, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.